In diesem Video zeige ich dir ein verstecktes Klick-Tipp-Feature, was es dir ermöglicht, neue Leads in deiner Datenbank direkt mit der ersten E-Mail schon mit dem persönlichen Namen anzusprechen, auch wenn die Leads dir den Namen gar nicht gegeben haben. Hierfür gibt es ein Feature, das kannst du in jeder Kampagne verwenden. Du brauchst es natürlich auch pro Konto eigentlich nur ein einziges Mal, denn dann hast du ja den Namen im Stammsatz. Nehmen wir hier mal einen normalen Sales-Funnel, wie wir ihn bauen. Dann kannst du, wenn der Kunde das erste Mal hier drin ist, hier eine neue Aktion hinzufügen. Wenn du jetzt auf das Icon neue Aktion hinzufügen gehst, siehst du hier unten zwei Icons. Einmal Geschlecht erkennen und einmal Namen erkennen. Vielleicht fragst du dich jetzt, woher weiß denn Klick-Tipp, wie der Name von dem Interessent ist oder wie das Geschlecht ist. Das ist ganz einfach. Hier verbirgt sich eine kluge Abfrage und eine Datenbank dahinter. Wir gehen mal auf das Icon Namen erkennen. Wenn du nun die Aktion Namen erkennen nutzt, mach Klick-Tipp dir hier dieses Menü auf und frag dich, wollen wir wirklich den Vornamen in das Feld Vorname eintragen und den Nachnamen in das Feld Nachnamen? Na klar. Was passiert hier eigentlich im Hintergrund? Klick-Tipp prüft die Mailadressen auf eine bestimmte Logik. Denn ganz viele Menschen haben Mailadressen mit Vorname.Nachname oder Vorname-Nachname. So hast du zum Beispiel den franz.wegner oder den rene.schoppe, atweb.de, atgmx.de, attonline und so weiter und so fort. Und genau das macht sich Klick-Tipp zunutze. Denn diese User können wir hier problemlos erkennen und Klick-Tipp erkennt so, was ist der Vorname und was ist der Nachname. Und genau das ist auch die Grundlage für die Aktion Nummer zwei. Und zwar um das Geschlecht zu erkennen. Wir fügen also eine neue Aktion hinzu und gehen jetzt auf Geschlecht erkennen. Nun hast du hier folgendes Menü. Du hast einmal die Frage, welches Feld benutzen wir denn, um das Geschlecht zu erkennen. Hier ist standardmäßig der Vorname ausgewählt und genau das ist das, was sich hier hinter verbirgt. Klick-Tipp hat eine große Vornamendatenbank und fragt nun, was steht im Feld Vorname, den wir ja gerade ermittelt haben, und welches Geschlecht ist dafür hinterlegt. So weiß Klick-Tipp beispielsweise, dass der Name Hartmut eindeutig männlich ist und der Name Tina eindeutig weiblich ist. Es gibt allerdings auch Namen, die werden sowohl für Männer als auch für Frauen verwendet. Hier kann Klick-Tipp natürlich nicht eindeutig sagen, handelt es sich um einen Mann oder eine Frau und lässt das Feld an der Stelle leer. Sobald das Geschlecht erkannt wurde, kannst du sagen, welches Feld soll denn nun damit befüllt werden. So kannst du hier beispielsweise ein Stammsatzfeld damit befüllen. Du könntest zum Beispiel aus der Anrede nun ein Herr oder Frau machen. Du kannst auch zusätzlich gerne noch Tags vergeben und das Ganze nicht nur für männlich-weiblich, sondern auch dann, wenn es nicht eindeutig war. Also zum Beispiel der Name Alex wird für Männer benutzt, aber auch für Frauen. Du klickst einmal auf Speichern und hast nun beide Kampagnenaktionen direkt in deiner Kampagne. Das heißt, der Kontakt kommt hinein, es wird zuerst der Name erkannt, wenn der Vorname vorhanden ist und der Nachname vorhanden ist, kann das Geschlecht erkannt werden. Und dann kannst du in der ersten E-Mail direkt eine Anrede benutzen. Und falls du jetzt denkst, naja, aber was passiert denn, wenn jetzt hier der Name nicht erkannt wird oder das Geschlecht nicht erkannt wird, dann kann ich ja hier keine Anrede formulieren. Genau dafür haben wir die universelle Anrede. Die wird nämlich dynamisch zusammengebaut, wenn das Feld Vorname befüllt ist und ein Geschlecht vorhanden oder nur der Vorname ohne Geschlecht oder kein Vorname und kein Geschlecht. Dann wird dynamisch eine Anrede zusammengebaut und wir brauchen nur einen einzigen Platzhalter, um hier immer eine sinnvolle Anrede zu formulieren. Wenn du wissen willst, wie das geht, hol dir unsere kostenfreie Newsletter-Marketing-Masterclass. Hier gebe ich dir richtige Profi-Tipps, wie du aus deinem Klick-Tipp-Account etwas richtig Professionelles und Hochwirtschaftliches für dich aufbauen kannst. Den Link dazu findest du direkt in der Beschreibung. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir gern ein Abo da.